So Leute, ich möchte es jetzt mal auf Barsch probieren. Ich habe hier mal ein paar Köder zusammengesucht, die ich heute benutzen möchte, die ich heute probieren möchte. Ich habe etwas ganz Leichtes aus dem Forellenbereich dabei. Hier ist ja ganz viel Kraut. Hier ist ein Schiburaschka, ein bis zwei Grammköpfe. Ein paar Wobbler, die nicht so tief gehen, die Oberflächenköder hier. Ja, hier sind nicht so große Barsche zu erwarten. Es geht hier eher um den Fun-Faktor, aber vielleicht kriege ich hier ein, zwei vernünftige Barsche rausgezuppelt. Mal schauen. Als Rute-Rolle-Kombo habe ich heute die Okuma Psycho-Purge dabei. Mit der Okuma CMA-Rolle. Perfekt ausgewogen. Lässt sich super auf einen Finger balancieren hier. Das ist perfekt, schön leicht. Mega geile Rute, schöne Rolle. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir was aus Bann kriegen. Ich melde mich später. Bis dann. Jo, da ist der erste Barsch. Hübsches Ding. Fünf Würfel gemacht, gar nicht so schlecht für dieses Gewässer hier. Jo, schöne Sache. Bestes Wetter, die Barsche haben los. Weiter geht's.